Die ersten sechs Plätze fehlt noch Lennart Bröhr. So, da fehlt noch ein Kandidat, Leute. Die Nummer 102 fehlt. Lennart Bröhr. Lennart Bröhr. War am Buffet, okay, komm. So, Lennart, genug gegessen. Gut. So, sechs Teilnehmer. Die ersten sechs Plätze. Die haben wir nicht durchgesetzt. Zwölf Teilnehmer, jetzt nur noch sechs. Den sechsten Platz belegt die Startbüro. 102 Lennart Bröhr. So, fünfter Platz. Die Startbüro 4, Florian King. Vierter Platz. Die Startbüro 6, Peter Obohr. Die Startbüro 5, Peter Obohr. Die Startbüro 5, Peter Obohr. So, die Top 3. Der Junior Classic Audiobooks. Dritten Platz. Berlin. Die Startbüro 5, Peter Obohr. Die Startbüro 5, Peter Obohr. Und auch mit Vize-Deutscher Meister. Der Junior Classic Bodybuilding. Reden die Startbüro 5, Philippe Giudin. Anbietigsten. Wer hat ihn? Herzlichen Glückwunsch, Deutscher Juniorkeitssahl Classic Bodybuilding. Dürft ihr von Seite und Kern für die Fotografen einmal dazwischen? Genau, alle Hände hoch, Jungs. Und dann durch die Hände. Komm, ich stelle die zur Anlage. Hände, Hände. Okay, jetzt einmal ohne Seite. Sightech-Sponsor. Alle sechs auf der Bühne. Die beste Pose. Okay, die Fotografen, alles okay? Gut, die ersten drei Plätze bleiben auf der Bühne bitte. Und Platz Nummer 4, 5 und 6 darf die Bühne verlassen. Und Pizza ist entgegen für die Mutter. Dankeschön. Und jetzt Platz 1, wenn man alleine auf der Bühne stehen, bitte. Zeig ruhig deine sechste Bruse. Applaus Okay, Dankeschön. Junior Classic Body Berlin Deutscher Meister. Felix Geisel. Applaus welding Sechstein, mit einem Terminal, Wir wissen, was die erste Bharat dauer nos Betä settlest canen? Und die ist Ein偷 autonoc endurance.